Hallo, ihr wunderschönen Menschen. Ich bin Dommel, das ist der Indie-Bombom-Podcast. Und ab heute sind die Sachen ein bisschen anders. Und zwar, wie ihr gemerkt habt, war der Cast jetzt ein paar Wochen zu lange nicht am Start. Was daran lag, dass es wirklich, wirklich schwierig war, vier Leute im zweiwöchentlichen Rhythmus mit frischem Indie-Material an den Start zu bekommen. Denn Leben und Job und dieser ganze unnötige Mist. Deswegen haben wir das jetzt alles ein bisschen entschlackt und haben gesagt, komm, scheiß drauf, vier Leute oder zwei oder zwölf. Wer da ist, ist da. Wer Bock hat, hat Bock. Und dann machen wir einfach, wie gerade das Pendel schwingt. Deswegen sind wir heute nicht zu viert, sondern zu dritt. Mit mir heute da ist der Bartosz. Hola. Und der Alex. Aloha. Ja, heute sind wir zu dritt. Dennoch hat wieder jeder von uns ein Spiel mitgebracht. Aber wenn in Zukunft irgendwie immer nur zu zweit sind und einer über zwei Spiele reden möchte, können wir das auch machen. Hauptsache, es kommt dabei irgendwie ein interessanter Talk zustande. Wer möchte denn heute den Anfang machen? Möchte jemand vortreten? Ich, Herr Lehrer. Ich. Ja, Alex. So, so. Okay. Ja gut. Was habe ich für ein Spiel mitgebracht? Ich bin jetzt zum vierten Mal mit dabei und zum vierten Mal habe ich ein Spiel mitgebracht, welches in guter Alter Oldschool Grafik gehalten ist. Und zwar Angry Video Game Not Adventures Assimilation, der zweite Teil. Den ersten hattest aber nicht du damals gemacht, oder? Nein, den ersten hat man nämlich auch mitgesprochen. Irgendjemand anders hat den gemacht. Ich glaube, das war Björn gewesen. Ich bin mir aber nicht sicher. Boah, ich glaube, da war Björn noch gar nicht dabei. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall gab es keine gute Bewertung für das Spiel. Das weiß ich. Es war halt sehr, meh. Gut. Aber ja. Assimilation. Also genau, die Assimilation. Am 29. März 2016 rausgekommen. Also noch relativ frisch. Mhm. Für 14,99. Man kann für 10 Euro optional noch das DLC-Soundtrack mit runterladen. Muss jetzt nicht unbedingt sein, weil der Soundtrack ist jetzt nicht so Bomber wie beim ersten Mal. Der zweite Teil allerdings, ja, ist ein wenig besser, kann man sagen, als der erste. Ich fand den ersten auch nicht schlecht. Entschuldigung, auch nicht schlecht. Aber der zweite bringt noch ein paar mehr Sachen mit, also ein paar mehr Funktionen auch mit dazu. Zum Beispiel hast du jetzt eine Overworld-Map. Es geht also nicht nur von Level zu Level. Hatte ich schon gesehen, so Super Mario Bros. 3-mäßig sieht das jetzt aus. Ganz genau, ganz genau. Du hast 22 Level, die du besuchen kannst. Der, ja, Antagonist des Spiels ist diesmal nicht Fred Fuchs. Ist es nicht der Nostalgia Critic? Es ist der Nostalgia Critic, richtig. Yeah. Ich weiß alles über das Spiel schon aus den ganzen Werbungen, die mir Skrull Attack die ganze Zeit in die Fresse hauen möchte. Man kann jetzt verschiedene Fähigkeiten innerhalb des Spiels zusammensuchen, wie zum Beispiel am Anfang kriegst du die Slippers, damit kannst du Walljumps machen. Dann kriegst du das Cape, womit du halbwegs gleiten kannst. Du kannst innerhalb der Level auch zum Beispiel, wie bei Donkey Kong, Cartridges sammeln. Damals bei Donkey Kong waren das ja so Buchstaben. K-O-N-D. Das ist jetzt auch mit dem Nerd, also N-E-R-D. Kannst du Cartridges sammeln? Achso, ich dachte, man sammelt Fuck oder so. Nee, tatsächlich Nerd. Ich hab mir auch erst gedacht, so, was soll das? Warum nicht Fuck oder irgendwie so Shit oder so? Nee, ist Nerd. Wobei, für ihn ist ja Nerd wahrscheinlich die größte Beleidigung, also lassen wir erst mal durchgehen. Ja, gut. Möglich. Keine Ahnung. Ewig verfeindet. Auf jeden Fall starten wir in dem Spiel im Basement von dem Nerd und dann muss er halt durch sein Basement gehen. Wir treffen dabei auf Mike, ist auch wieder mit dabei, allerdings kein spielbarer Charakter mehr, also kannst keine Charaktere mehr preispielen. Ja, und dann hast du auch schon irgendwann den ersten Accounter mit dem Critic und genauso wie damals in der Fede zwischen der beiden, wo dann dieser Critic immer Nerd geschrien hat, ist das auch hier genau der Fall, nur allerdings halt in geschriebener Form. Ja, und dann hast du kurz so einen Proto-Man-Kampf, dann gehst du wirklich auf die World Map und kannst wie gesagt aussuchen. Du hast viele verschiedene Level, wie zum Beispiel Area 52. Ja, ich verstehe den Witz. Ja, es gibt viele Anspielungen auf den Film, viele Anspielungen, aber tatsächlich auch wieder auf Folgen, auf Episoden vom Angry Video Game Nerd. Natürlich, natürlich. Der ganze Fanservice. Dann zum Beispiel haben wir ein Level, das sich ganz auf Teenage-Nuton-Ninja-Turtles-NES auslegt. Also wir haben zum Beispiel die Schwimm-Section. Gibt diesen unmachbaren Sprung. Der ist ebenfalls mit enthalten. Ist er auch nicht unmachbar? Ist das Spiel einfach vorbei? Nein, du musst einfach nur drüber laufen. Genauso wie im eigentlichen Spiel auch. Okay. Also ganz, also dann musst du halt nach, nach drei, also es ist halt glaube ich vier oder fünf Welten sind das und jede Welt beinhaltet drei Level und dann einen Bosskampf. Die Bosskämpfe sind sehr, sehr schwer. Also ich hab den, ähm, hab das Spiel gestreamt, zweimal glaube ich und ich bin sehr, sehr stark ausgerastet und ich hab das Spiel auf Normalen nur gespielt, weil die Bosskämpfe so ultraschwer waren. Keine Ahnung, wie man das machen soll manchmal. Da würde es mich aber interessieren, weil eines der großen, eine der großen Kriterien beim ersten Teil war einfach, dass sie, dass sie das Spiel als Old School Difficult verkauft haben, aber es einfach... NES Hard, genau. Ja, aber im Endeffekt, äh, waren, waren die Sachen, wo man halt Probleme hatte, einfach nur cheap. Also es waren, es waren Bereiche, wo man nicht durchkommen kann, ohne verletzt zu werden. Es waren Bereiche, wo es einfach cheap Deaths gab, wo du beim ersten Mal durchgehen einfach gar nicht wusstest, dass da jetzt einfach eine One-Hit-Kill-Falle ist und so ein Scheiß. Und natürlich die Deathblocks, die berüchtigten. Genau. Und da ist jetzt halt so die Sache wie, du meinst, die Bosse sind hart. Sind sie fair hart? Oder ist das halt wieder so ein Bullshit? Wobei die Bosse waren, glaub ich, beim ersten Mal gar nicht mal schlimm. Also die Bosse waren beim ersten Teil nicht schlimm. Das, äh, Gimmick beim ersten Teil war ja auch, du musst lernen, wie die Level aufgebaut sind, um durchzukommen. Das heißt, es ist unwiderruflich, dass du stirbst. Ähm, im zweiten Teil ist es so, du siehst und du denkst, okay, du gehst durch und stirbst, weil du erst mal nicht genau weißt, was machst du. Weil bei den Bosskämpfen ist das so, du stehst vor dem Boss, du weißt erst mal nicht, was du treffen musst oder wie du den machen musst. Und selbst wenn du es weißt, ist es manchmal ziemlicher Bullshit, äh, um ihn dann zu treffen. Weil dann hast du zum Beispiel in der China-Stage, also in der China-China-Stage, ist es so, dass du einen Boss hast, so eine Kitty-Kette halt, die du kaputt schießen musst. Tut mir leid, Domme. Ähm, äh, und hast dann halt Plattformen, auf die du springen musst. Diese Plattformen bewegen sich aber sozusagen, das sind so, ähm, die, die sich fortlaufenden Plattformen, wie bei Super Mario Maker, die gibt's auch. Mhm. Und kommen halt von oben auch Gegner und sind halt auf diesen Plattformen drauf und du musst den versuchen, trotzdem, dass sich die Plattformen bewegen, auszuweichen. Das ist manchmal überhaupt nicht möglich. Und du hast dann im normalen Modus nur drei Biere und 20 Leben und die sind schneller weg, als du gucken kannst. Hm. Also, da ist tatsächlich ziemlicher Bullshit manchmal mit dabei. Also ich hab... Wobei NES Hardware ja auch viel böser Bullshit, also wenn sie das machen wollten, dann meinetwegen. Also da find ich einige NES-Spiele tatsächlich, äh, wesentlich einfacher wie Castlevania. Tatsächlich find ich sogar Ghosts'n Ghosts einfacher als mancher Boss, der in AVGN 2 ist. Oha. Oha. Da bin ich ja gespannt. Ich bin ja gerade im Moment knietief in der Mega-Main-Legacy-Collection drin. Oh, die hab ich auch. Äh, bin jetzt gerade bei den letzten, äh, bei den letzten Challenges auf Gold zu machen. Die ganzen Boss-Rushes ohne die Extrawaffen. Mhm. Und, äh, äh, ja, ich weiß ja nicht, ob mich das so fordern würde. Ich bin jetzt nämlich Hardcore. Also... Bin jetzt nämlich richtig Hardcore. Ich fand das echt Bullshit, wie gesagt, ich hab das im Stream gespielt und ich bin so, so sehr ausgerastet. Manchmal war ich kurz davor, Controller einfach wegzuschmeißen, weil ich mir dachte, okay, das geht doch nicht. Vielleicht musst du einfach nur gut werden. Maybe you need to get good. Alex. Also, eigentlich kann ich relativ gut spielen. So ist, würde das nicht, aber, naja. Gut, vielleicht hast du recht. Am Scheinheit mangelt's dir aber nicht, ne? Ja. Dann, 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 teach me something. Aber, 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 aber was mich jetzt, was mich jetzt interessiert im Vergleich zum ersten Teil, weil, wie gesagt, ich hab tatsächlich, äh, natürlich, äh, natürlich, das Spiel ist ja verwandelt mit ScrewAttack, weil es ist eine Massacre, ScrewAttack ist ja alles eine Kiste. Und deswegen, die, äh, zwei Sachen auf ScrewAttack, die noch interessant sind, werden natürlich immer mit einer, keine Ahnung, fünfstündigen Werbung für das neue AVGN-Game vorbespielt. Ja. Und, äh, diese Werbung klingt halt wirklich so, die klingt total so nach Motto, ja, sorry, das ist der erste Scheiß, der erste war, jetzt haben wir's besser gemacht, so, äh, less Deathblocks, äh, so, das müssen wir als, als Werbezogen reinhauen, less Deathblocks, a satisfying Gaming Experience. Und ich dachte so, okay, wenn du schon irgendwie in eine Werbung reinpacken musst, dass es eine, eine befriedigende Erfahrung ist, äh, dann ist da irgendwie nicht so, dann, dann muss da irgendwie was wieder gut gemacht werden. Das ist so, das ist, du wir, du wirbst mit Sachen, die selbstverständlich sind. Ja, genau. Gut, jetzt mit Mehl gemacht. Ja, genau. Diesmal mit Mehl. Wir haben die, wir haben, äh, die, das Kokain rausgenommen. Ja. Nein. Ähm, aber, äh, ist es das denn? Also das Erste, ich hab den Ersten auch durchgespielt und ich fand's halt okay, aber halt echt meh. Also sehr, sehr meh. Es sah wirklich sehr nett aus, das muss man, und der Soundtrack war cool, aber so Gameplay-mäßig war das halt alles, äh, mittelmäßig bis einfach nur schlecht. Ist das denn jetzt, haben sie es jetzt besser gemacht? Oder ist es, äh, wieder nur eher ein Wolf im Schafspelz? Also, wie man schon sagte, less Deathblocks, also es gibt viel weniger Deathblocks. Natürlich sind die noch vorhanden, aber sie sind, ich sag mal nicht so wie in Assholevania zum Beispiel vorhanden. Oder in, ähm, hier dieses, dieses Eislevel von, von, von dem ersten Teil. Äh, sie sind vorhanden, aber ich sag mal in einem Rahmen, wo man sagen kann, ja, ist in Ordnung, damit komm ich klar. Zum Beispiel in der Area 52, äh, Welt, da sind die zum Beispiel vorhanden. Der Soundtrack, ja, also ich fand den ersten Teil vom Soundtrack her besser. Den zweiten Teil hat sich insofern gemacht, dass du halt, wie gesagt, Abilities bekommst über, über das Spiel hinweg. Power-Ups, äh, zum Beispiel Contra-Power-Ups haben wir, äh, da drin. Dass du, äh, ein Power-Up-Einsatz hast. Genau, du kannst halt Spreadshot machen, ne? Wie in Contra zum Beispiel. Das ist jetzt der Fall, allerdings, wenn du troffen wirst, ist es weg, genauso wie in Contra auch. Jetzt kann er schwimmen, das ist, äh, eine neue Sache. Ja, ist ja ähnlich wie zwischen Assassin's Creed, äh, zwischen jedem größeren, ähm, äh, Sandbox-Game erster Teil und jedes größere Sandbox-Game zweiter Teil. Ja, du kannst jetzt zum Beispiel auch in verschiedenen Leveln, äh, die Gravity umändern, also die Schwerelosigkeit ändern, dass du mal auf, 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 auf dem Kopf stehst und mal wieder auf dem Boden stehst, äh, sind viele neue Gimmicks. Kann man das selber machen oder das ist ein Gimmick des jeweiligen Levels dann? Das ist ein Gimmick des jeweiligen Levels, ja. Äh, äh, es hat sich tatsächlich auch vom Grafischen her verbessert, also du siehst ab und zu mal, ähm, andere Belichtungen oder, äh, zum Beispiel die Ghouls'n'Ghosts-Level, angehauchten Ghouls'n'Ghosts-Level, äh, sind zum Beispiel zum Teil schwarz-weiß und du musst dann einen Button drücken, der dir so ein bisschen dieses, dieses Ghouls'n'Ghosts-Feeling gibt. Dieses blaue, tiefblaue, ähm, ich find's eigentlich eine Verbesserung gegenüber dem ersten Teil. Und du kannst jetzt in verschiedene, äh, Directions schießen, also nicht nur nach oben und unten, sondern auch diagonal. Das hätt ich gar nicht, nicht mal mehr gewusst, ob das beim ersten überhaupt möglich gewesen wäre. Und du kannst tatsächlich auch stehenbleiben und kannst im Diagonal schießen, das wird dir dann auch erklärt, alles, ähm, mitten, inmitten des Tutorial-Levels auch. Ja, so ist das. Also, es ist, ich sag mal, eine tatsächliche Verwässerung zum ersten, nur der Soundtrack ist halt so ein bisschen, nee. Aber alles in allem, das klingt so ein bisschen nach, was der Angry-Videogame-Nerd-Adventure hätte sein sollen. Ja, es klingt doch immer noch irgendwie, äh, also ich bin jetzt auch nicht heiß drauf. Es klingt halt immer noch so, meh. Ja, so super begeistert scheinst du selbst nicht davon zu sein. Es, es, es passt halt einfach zu dem, also ich bin halt in dem Sinne, Entschuldigung, ich bin halt in dem Sinne nicht so begeistert, weil mich einige Level und einige Gimmicks tatsächlich etwas abgefuckt haben. Ähm, manchmal hat der, äh, der Wall-Jump nicht richtig funktioniert, wie er sollte, dann weißt du aufs Verrecken zum Beispiel nicht, wie du an ein E kommen sollst in einem Level. Also ich zumindest nicht. Dann, ist es immer das E oder war das einfach nur ein Beispiel? Das war ein Beispiel. In dem Level ist es jetzt spezifisch halt das E gewesen, aber es kann auch ein anderer Buchstabe sein, wo ich mal nicht wusste, wie ich drankomme. Ähm, und die Bosse haben mich ziemlich derbe abgefuckt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hab das Spiel tatsächlich immer noch nicht durch, ich bin bei drei von sechs Sexforces, so nennen die sich diese Teile, die du am Ende des Levels kriegst, Sexforces. Natürlich. Ne, so Triforce-mäßig, äh, angehaucht. Achso, ich dachte, es geht um Sex. Keine Ahnung, warum das Sexforces heißt. Ist wahrscheinlich wieder so, so ein Insider-Famil. Ja, weil ein 14-Jump das lustig finden würde. Ja, ganz genau. Natürlich sind auch wieder Fart-Jokes mit dabei und alles. Ja, das ist das Ganze, was mich an dem ganzen, äh, generell am Angry-Videogame-Franchise, was es ja inzwischen ist, stört. Das hat sich auch irgendwie seit dem Anfang auch nicht mehr entwickelt. Und inzwischen ist es halt wirklich, okay, ich bin halt jetzt nicht mehr 14. Ich meine, es war, früher war es echt super lustig und ich hab das voll abgefeiert mit 18. Ja, und es ist halt immer noch exakt das Gleiche, nur in, äh, minimal besserer Video-Qualität. Man kann über den Nostalgia Critic sagen, was man, was man will, also er, aber er, wenn man ihn, wenn man seine Anfänge und das, was er heutzutage macht, vergleicht, da liegen Welten zwischen. Also es gibt halt gewisse Online-Personen, hier, sag ich mal, die sich extrem weiterentwickelt haben und das Gefühl hatte ich, äh, was die Chance angeht, beim AVGM nicht. Nee, also, nicht wirklich. Und der Film ist halt auch genau so, der war, äh, so, was, was er noch macht, ist wirklich so für die Leute, die sich seitdem auch selber nicht weiterentwickelt haben. Hab ich jetzt das Gefühl, auch wenn das vielleicht ein bisschen fiese klingt. So, ja. Ja, der Film, das war für mich so Fanservice 90 Minuten lang und gut ist. Ja, und ich dachte mir so, boah, bis auf die letzten, ja, aber genau, das ist nämlich die Sache, bis auf die letzten 10 Minuten, wo dann tatsächlich das Review ist, hätte man sich das auch sparen können, so. Also, keine Ahnung, ich, äh, das war, äh, ähm, ich werd's mir auch irgendwie weiter noch angucken, weil das ist halt so ein Ding, das macht man jetzt halt irgendwie noch mit, bis er irgendwann den, äh, den, äh, nicht den Löffel abgibt, aber, ähm. Irgendwann das Zepter abgibt. Ja, äh. Oder irgendwann einfach nichts mehr. In den Ruhestand tritt und immer erwachsen wird. Ja, wobei es wirklich, AVGM macht er ja nicht mehr, der hat, macht jetzt so. Ja doch, der hatte jetzt, der hatte jetzt, der kam jetzt kürzlich eine Folge raus, wo er die. Echt, wieder? Ja. Ja, Megaman. Da ist jetzt halt im Moment, ähm, so, äh, dreimal, viermal im Jahr oder sowas kommt halt eine richtige Folge. Und sonst kommen halt die, äh, äh, James und Mike Mondays und sowas. Und Weihnachtsbischöse vom AVGM da noch was. Ja gut, ich schaue gerade YouTube-Sachen von vor einer Woche nach, insofern. Ja, das war schon länger her als einer Woche, aber ich musste mal gucken. Aber, ähm, ja, irgendwie ist es so ein Relikt aus den Anfangszeiten des Internets. Das sind, äh, die Videos, die könnte man auch auf Newgrounds packen. Mhm. Ja, inzwischen ja. Aber na, reden wir wieder vom Spiel. Ähm, als jemand, der den ersten halt wirklich mehr fand, äh, muss ich mir den, den zweiten, kann ich mir den mal geben oder sollte ich's mir direkt sparen? Man kann ihn sich zumindest geben. Ja, wir haben da tatsächlich jetzt viel mehr, also noch mehr Fanservice drin. Man sollte vielleicht trotzdem am Anfang auf leicht spielen. Da hat man auch, glaub ich, drei oder vier Bier und 50 Leben. Da sind auch die Gegner wesentlich schwächer und dann wahrscheinlich auch die Boss, äh, Gegner wesentlich schwächer. Ich find, man kann sich's mal geben, aber es ist jetzt nichts, was ein Hardcore-Gamer der alten Schule braucht. Also, ich kann auch, äh, getrost einfach Mega Man Legacy weiterspielen, bis ich da alles auf Gold hab und kann mich dann darüber freuen. Ja. Und gut, äh, wir haben ja keine Skala. Hatten wir am Anfang, hat er gedacht, 15 Euro kostet das, oder? Ach so, 15 Euro. Äh, genau, 15 Euro und du kriegst optional noch als DLC den Soundtrack für 10. Mhm, okay, okay, sorry. Ja, 10 Euro für den Soundtrack ist ja im Moment so quasi ein bisschen Standard, könnte man sagen. Mhm. Äh, gut, Skala haben wir im Moment nicht. Scheiß drauf, äh, ein Fick-Scheiß-Tonne-Nerd aus 10. Pass auf, ich geb dem Spiel 40 von 100 Rock'n'Roll-Biere. Rock, 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 Rock'n'Roller, oder was war das? Ja, ganz genau. Rock'n'Roll, irgendwie sowas war das doch. Whatever. Äh, Bartow. Rock'n'Roller, sag doch fort. Okay, ich stelle heute ein Spiel vor, auf das ich, äh, lange gewartet habe. Sehr, sehr lange. Ähm, und das ich mir sogar vorbestellt hatte online. Und zwar von Scar Studios, den Machern von Dishwasher, Charlie Murder und ähnlichen, Salton Sanctuary. Ein, äh, ein Souls-like Game, also Dark Souls-like, ähm, ähm, in der 2D-Seitenperspektive, dass sich, äh, ja, im Endeffekt ist es Castlevania meets Dark Souls, könnte man sagen. Ähm, keine 3D, alles handgezeichnet, wie man es von Scar Studios kennt, also wer schon mal Dishwasher gespielt hat, oder jetzt gerade mal auf Google hüpft und Dishwasher eingibt, oder Charlie Murder, der sieht auch direkt den Artstyle des Studios. Der wird auch so ähnlich in Salton Sanctuary fortgesetzt. Ähm, bevor ich da tiefer reingehe, das ganze, der ganze Spaß ist rausgekommen für die PS4 und Playstation Vita. Äh, leider kein Cross-Buy, was ich immer sehr traurig finde, aber gut. Ähm, am 15. März 2016. Kosten tut der ganze Spaß, ähm, 17,99, war für Vorbesteller günstiger. Ob sich das Ganze lohnt, dazu kommen wir später. Ähm, wie gesagt, es ist ein Souls-like Game, ähm, in der 2D-Castlevania-styled Perspektive und... Ich überlege gerade, nennt man ein 2D, äh, also nennt man Castlevania gemischt mit Souls nicht einfach nur Castlevania? Nee, aber wobei... Das ist halt so die Sache, es erinnert stellenweise an... Area of Sorrow und... Den Nachfolger. Dawn of Sorrow. Dawn of Sorrow, glaube ich, ja, wegen DS. Ne, dann... Jaja, Dawn of Sorrow, weil es Castlevania DS dann ist. Ne, Post-Programmde S, gab's mehrere. Ist was anderes, aber das sind die beiden Teile, die miteinander verbunden sind. Dawn of Sorrow und Area of Sorrow, glaube ich. Okay. Die... Okay, wenn wir noch weiter zurückgehen, ist es im Endeffekt Castlevania Symphony of the Night, weil da halt die einzelnen Waffen eingeführt wurden. Okay. Ja, was... Ich denke, das ist ein ganz guter Vergleich. Was ist ähnlich zu Castlevania, was ist anders zu Castlevania? Ähnlich zu Castlevania, wir haben die Perspektive, wir haben aus Castlevania of the Nights verschiedene Waffen, wir haben die Bildschirmfühlen Bosse, wir haben einen Mapaufbau, der dementsprechend folgt, Castlevania, Metroidvania, also viele einzelne Bereiche, die dementsprechend auch miteinander verbunden sind. Man kann springen, man kann in der Luft angreifen, man hat ich glaube, das, was ist... Ja, genau, was halt in Castlevania ein simpler Schlag ist, da haben sie halt Sanctuary ähnlich wie in Souls halt Combos eingeführt, also bestimmte Waffen haben bestimmte Combos und dann auch dementsprechend abhängig davon, ob sie einhändig oder zweihändig getragen werden. Ähm, äh, es gibt verschiedene Rüstungssets mit verschiedenen Stats, ähm, wie man das aus Souls kennt, äh, man hat ganz normal, äh, man hat Stärke, man hat Agilität, man hat, äh, verschiedene Zauberarten, man hat die dementsprechenden Abwehren dagegen, gegen Feuer, gegen, äh, Blitz, gegen Dunkelheit, gegen Licht, den ganzen Spaß, also alles, was man aus einem Dark Souls kennt, ist drinnen. Die drinnen, inklusive der düsteren Atmosphäre, die ist auch ganz schön rübergebracht, muss ich sagen, ähm, passt auch ganz gut, meiner Meinung nach, zum Zeichenstil, der ist so ein bisschen, der ist halt cartoony, aber, ähm, ich finde so, der beste Begriff, mit dem man den, äh, beschreiben kann, ist Punky. Alles sieht so ein bisschen gedudelt aus, könnte man sagen, aber hat trotzdem sehr hohe Details. Die Hintergründe, was halt Artistic, äh, beziehungsweise Artstyle angeht, sind die Hintergründe halt der absolute, also, die sind echt geil. Ähm, auch wenn einem die Charaktere nicht gefallen, die Hintergründe haben teilweise drei oder vier Ebenen, äh, die sich unabhängig voneinander, äh, animieren, sind sehr detailliert, sehr, sehr schön gemalt. Also, äh, Parallax, oder what? Ähm, naja, Parallaxscrolling, quasi, oder wie, oder was? Also, ja, ich glaub, das ist Parallaxscrolling. Ähm. Also, das ist halt so ähnlich halt. Genau. Äh, sind sehr, sehr schön gemacht, also, die sind klasse, also, das Spiel ist für, dafür, dass es ein Indie-Game ist, und dafür, dass es 1799 ist, und dafür, dass es halt so einen sehr besonderen Artstyle hat, ist es sehr, sehr schön anzuschauen. Und die Effekte und alles ist klasse, grafisch nichts dran auszusetzen. Wie gesagt, Atmosphäre bringt es mit, es hat so diese düstere Atmosphäre, ähm, äh, es hat alle Stats, äh, Kombos, Ausrüstung, alles, was man aus Dark Souls kennt. Ja, aber, äh, funktioniert's auch so gut? Also, das Besondere in Dark Souls ist ja eben, nicht nur, dass es das alles gibt und sowas, die Sache ist ja gerade erstens, dass Leveln tatsächlich gar nicht so viel bringt, außer, äh, quasi die Stats zu haben, dass man bestimmte Waffen benutzen kann, die man benutzen möchte. Aber im Prinzip könnte man das Spiel auch auf Level 1 durchspielen, wenn man gut genug ist. Genau, der Sinn des Ganzen ist ja, dass Souls zu diesen Spielen gehört, ähnlich wie Bayonetta oder, äh, die späteren, äh, Devil May Crys, Spiele, die man durchspielen kann, ohne einmal getroffen zu werden. In der Theorie. Also, Spiele, die einem die Möglichkeit geben, das Spiel komplett durchzuspielen, ohne einmal getroffen zu werden. Ob man's schafft? Sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Ähm, das Spiel schafft es in Grenzen. Ähm, ja, Bosskämpfe und Kämpfe im Allgemeinen sind zum sehr, sehr großen Teil wirklich abhängig von deinem Skill, wie du ausweichst. Ähm, man hat halt, äh, eine Links- und Rechtsrolle, mit der man durchgegner halt durchrollen kann. Ähm, jeder Gegner hat bestimmt Angriffsmuster, die man halt sich einverleiben sollte. Man muss sehr vorsichtig vorgehen. Also, es hat auf jeden Fall, es ist ein ebenbürdiges, oder halt, es ist ein, ähm, es ist ein gut durchdachtes Souls-like. Trotzdem. Aber. Genau, aber. Wo man, jeder, der mal Dark Souls gespielt hat und jeder, der die Spiele auch mag, der weiß, das sind Spiele, die spielt man zwei, dreimal durch. Oder vier, fünf, sechs. Oder zwölf. Ja, ja. Ähm. Und jedes Mal ist es anders, weil es absolut legitim ist. Also, mit jeder Waffe und jeder, äh, mit jedem Bild quasi, den man sich ausdenken kann, spielt sich das Spiel anders, ohne dass es halt irgendwie, dass man wirklich einen Nachteil oder einen Vorteil hat, sondern das ist halt, du musst dich anders einstellen. Genau. Und auch die ganzen New Game Plus Sachen, es macht halt auch Spaß, das dann, äh, im New Game Plus, Plus, Plus zu machen, weil die Gegner dann nochmal schwerer sind, weil man vielleicht andere Stats hat, sich vielleicht getraut hat, okay, gut, ich hau vielleicht ein paar Punkte hier mal rein und probier mal die Waffe aus und rüste die auf die höchste, auf den höchsten Wert auf. Ähm, also ich habe Salt and Sanctuary zweimal durchgespielt und mit drei anderen Klassen angefangen, bin, äh, von denen, also ich habe angefangen mit einem Hunter, weil das ist mein Standard, ich liebe Fernkampf in solchen Spielen und der funktioniert auch echt gut. Ähm, und es war lustig, es war spaßig, äh, ich bin sehr, sehr schnell von, ähm, was war es, von, äh, Peitschen auf, Speere gewechselt, weil mir die Combo der Speere einfach gefallen hat, weil man im Zweihandmodus so eine Spiral, so eine, äh, man dreht den Speer so vor sich und macht so eine Spiral Attack und stößt dann nach vorne, also sehr, sehr schnelle aufeinanderfolgende Angriffe, ähm, es bringt dieses immer wieder durchspielen und auf verschiedene Arten durchspielen so ein bisschen mit sich mit, aber es mangelt an gewissen Sachen. Und zwar, was, was halt für mich ausschlaggebend ist, es mangelt, ähm, auf der einen Seite an einer Karte. Das klingt jetzt super blöd, weil normal, man, man ist von allen Souls-Games gewöhnt, du hast nie eine Karte, du merkst. Ja, aber es ist ja auch was anderes. Genau, man speichert sich im Kopf einfach dadurch, dass die einzelnen Bereiche sehr unterschiedlich sind und es auch gar nicht so viele Verbindungen zwischen den einzelnen Bereichen gibt. Und in 2D hast du halt auch einfach keine Weitsicht. Genau. Und das ist nämlich das Ding, dass, das Spiel ist sehr, sehr groß. Also ich hab knapp 20 Stunden für den ersten Durchgang gebraucht. Also es, äh, you get some game for the bug. Ähm, aber dadurch, dass halt quasi jeder Bereich mit, ich würd mal sagen, so zwei, teilweise drei oder vier anderen Bereichen verbunden ist, ist der Mangel einer Map sehr, sehr schnell bemerkbar. Klar, du kannst dir gewisse Wege, merkst du dir, aber es ist, also für mich war es nicht möglich, ähm, jetzt zu sagen, okay, ich geh in dieses Gebiet, damit ich dort diesen einen Gang, äh, nochmal untersuche, weil da war doch diese Tür. Ich hab mir für den, ich hab mir im zweiten Durchgang, hab ich mir ernsthaft Notizen machen müssen und mir aufgeschrieben, okay, ich bin jetzt hier, hier ist eine Tür, das ist dieses Gebiet, es ist so viele Bildschirme von, äh, von der Sanctuary, also von deinem, von deinem, äh, Bonfire entfernt. Und hab mir halt in dieser, in dieser Art und Weise halt Notizen gemacht, um halt wirklich alle geheimen Durchgänge und alle Türen zu öffnen und zu gucken, da ich auch alles finde. Äh, also man, das ist halt, gut, man mag jetzt sagen, hey, das ist halt old school, früher musstest du das machen, ähm, ich finde heutzutage gerade, wenn man sich halt auf, äh, an einem Spiel wie Castlevania oder Metroid orientiert, ist eine Map Pflicht. Erst recht, wenn, wenn die Gebiete halt so, ähm, ja, ich sag mal, extrem verzweigt sind. Ja, ich sag mal so, wenn man schon keine Karte einbaut, dann muss es auch eine Rechtfertigung haben. Genau, genau. Es muss halt irgendwie, äh, ne, wie gesagt, bei, bei Dark Souls gibt's nicht keine Karte, um, äh, viel so scheiße zu sein, sondern einfach, weil sich das Ganze, die ganze Welt ergibt sich daraus, wie die Level ineinander designt sind. Genau. Du weißt zu jeder Zeit, wo was war, wenn du es wiederfinden möchtest. Und hier diese, diese Welt, also man ist auf einer Insel und diese Insel ist so aufgebaut, dass sich auf dieser Insel, äh, Bauwerke und Landsteile befinden aus verschiedenen Ländern der Welt und aus verschiedenen Epochen. Also es ist, es hat so ein bisschen Purgatory Feeling und das Feeling behält es auch durch das Spiel durch, auch durch die Interaktion mit gewissen NPCs, die man halt trifft, ähm. Was schön und gut ist, weil man halt sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche hat, aber es kommt halt genau zu diesem, ähm, es ist nicht rund. Und es sind, es sind viele sehr, sehr unterschiedliche Bereiche, dadurch wird's einem noch schwerer, diese einzelnen Bereiche, äh, sich einzuverleiben und die Verbindungen dieser einzelnen Bereiche einzuverleiben. Weil es, ähm, es macht halt nicht unbedingt wirklich Sinn, dass ich jetzt, äh, ein aus, äh, aus den Wolken gegriffenes Beispiel, sag ich jetzt mal, den, äh, Maya-Tempel mit dem Labor verbunden habe. Mhm. Und das Labor aber auch noch mit dem Strand verbunden ist und mit dem Wald. Und der Maya-Tempel ist mit dem Wolkenpalast verbunden. Und, ähm, es, die, die Verbindungen der einzelnen Bereiche machen nicht wirklich Sinn. Es ist einfach nur, klar, es ist da, um dir jetzt quasi Wege zu ersparen und zu sagen, gut, äh, du kannst halt quasi von diesem Bereich auf drei, vier andere Bereiche zugreifen. Aber ich werde mir nie im Leben merken, dass ich von diesem Bereich auf drei, vier andere Bereiche zugreifen kann, weil ich mir gleichzeitig merken muss, dass ich von allen anderen Bereichen, auf welche Bereiche ich da zugreife. Es ist zu, es ist zu sehr Spider-Web. Ja, es klingt einfach irgendwie wenig intuitiv. Genau. Ja, genau. Danke, das ist genau das Wort, das mir die ganze Zeit gefehlt hat. Es ist nicht intuitiv. Ähm, der Zweite ist... Wie gesagt, bei Souls, du gehst jetzt in deinem Bond-Fight, trippierst dich da hin und du siehst halt einfach die Umgebung und weißt, woran du bist. Und das geht in 2D einfach nicht. Du kannst halt leider nur bis zum Rand des Bildschirms gucken. Genau. Äh, die Weitsicht fehlt auf jeden Fall. Und halt, wie gesagt, es ist, es ist schön, dass man sehr viel, sehr unterschiedliche Bereiche hat, aber, mh. Äh, ein anderer Aspekt. Man, ich argumentiere immer, wenn ich mit Leuten über die Souls-Serie rede, dass es theoretisch, du durch das ganze Spiel durchgehen kannst, ohne ein einziges Fünftchen Story mitzubekommen. Du hast, in Dark Souls hast du Environmental Storytelling, du hast Storytelling durch Item-Beschreibungen, du hast Storytelling, indem du mit Charakteren redest. Das mit dem Charakteren reden ist auch da. Du hast gewisse NPCs, die du triffst, die jeder hat so seine eigene Geschichte, tut aber an sich gesehen nichts zur Sache. Sagt dir nichts über die Welt, außer, dass diese Insel aus bestimmten Bereichen, aus verschiedenen Epochen und verschiedenen Ländern besteht, also nicht gerade logisch aufgebaut ist. Bisschen Purgatory-Feeling. Ähm, Item-Beschreibungen, ja, gibt es, sind auch interessant, sind sehr Souls-like, 1 zu 1 quasi, also sind nicht übernommen, aber sie sind halt eingepflegt in die Welt. Ähm, sagen dir aber auch nicht wirklich groß was über diese Welt. Sie sagen dir was über die Charaktere, denen diese Items gehört haben könnten oder was auch immer. Äh, Environmental Storytelling habe ich kein bisschen entdeckt. Gar nicht, also ich war jetzt in keinem, in keiner Map und habe etwas dort gesehen, wo ich mir gedacht habe, ha, interessant, das ist wahrscheinlich daher und daher gekommen und, hm. Aber vielleicht bist du auch einfach total unaufmerksam, genauso wie Alex vielleicht einfach scheiße in Megaman-artigen Spielen. Nö, ö, 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 ö. Ähm. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Nö, und, naja, man kann Dark Souls durchspielen und fast keine Story mitbekommen, wenn man nicht möchte. Nö. Aber es gibt eine und es gibt eine sehr, sehr tiefe Lore und sie ist unglaublich interessant und sehr detailliert und großartig. Gibt's nicht in Souls and Sanctuary. Also, äh, man beginnt das Spiel auf einem Schiff, dort ist eine Prinzessin, die man beschützt, die soll man irgendwo hinbringen und dann wird das Schiff angegriffen und dann kentert das Schiff und dann taucht man auf dieser Insel auf. Und eigentlich soll man diese Prinzessin finden. Das vergisst man nur irgendwie nach 15 Minuten Spielen. Moment, ist das eine Zwischensequenz, wo man das vergisst oder? Nö, nö, das vergisst du als Spieler. Ach so, okay. Nö, das ist einfach kein Thema mehr. Okay. Und es, an sich gesehen gibt's eigentlich keine Story so wirklich. Du hast halt diese einzelnen NPCs, jeder von denen hat so seine Geschichte und erzählt sie dir, wenn du sie triffst manchmal, aber die sind auch nicht wirklich interessant. Es ist einfach, die Zusammenfassung des Ganzen ist im Endeffekt das, was ich schon gesehen habe. Diese Insel besteht aus mehreren Bereichen und mehreren Orten und Architekturen aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Ländern und Ägypten an sich gesehen deswegen auch keinen Sinn. Aber Purgatory Feeling. Das wär's. Und weiter als das geht's nicht wirklich. Ähm, es hat keine Tiefe, es hält dich nicht, ähm, es hält dich weder bei Laune noch bei Interesse, ähm, wo ich Bloodborne liebend gerne noch ein drittes, viertes Mal durchgespielt habe, um, äh, zu gucken, ob ich irgendwie, ähm, um mir die anderen Endings anzugucken, um, äh, andere Items zu finden, die ich mir beim ersten Durchgang nicht geholt habe, weil ich wissen wollte, wie die in die Welt eingepflegt sind. Äh, ich hab das, ich hab das Add-on von Bloodborne aufgegessen, weil es einfach so lore-heavy war und nicht, also genau in diesem Sinne lore-heavy, Environmental Storytelling, NPC Storytelling, Item Storytelling. Und halt so viele Fragen, ähm, beantwortet hat, aber gleichzeitig neue Fragen gestellt hat. Ähm, und es hält dich bei Interesse und es hält dich bei Laune, wenn, wenn du dort reingehen willst. Leider gibt dir in Sword and Sanctuary noch nicht mal die Möglichkeit, da wirklich reinzugehen. Ich hab mir ganz bewusst, ich hab mir alle Item-Beschreibungen durchgelesen, weil ich halt einfach wissen wollte, wie ist die Lore, was, was habt ihr da reingesteckt? Weil das ist halt ein großer Teil der Souls-Serie. Ähm, und das ist halt, es ist, ähm, es ist Lore der Lore wegen. Es ist, wir haben da jetzt Lore reingepackt und wir haben da jetzt Item-Beschreibungen reingepackt, weil es ein Teil von Dark Souls ist. Hey, Dark Souls hat's gemacht, wir müssen das auch irgendwie reinbauen. Genau, genau das. Und dieses Gefühl überträgt sich leider auf gewisse andere Bereiche auch. Ähm, auch wenn das Spiel sehr smooth ist und auch wenn das Spiel sich sehr, sehr schön steuert, ähm, man hat immer so ein kleines bisschen das Gefühl so, habt ihr das gemacht, weil ihr es machen wolltet? Ähm, weil das halt voll euer Ding ist oder habt ihr es gemacht, weil es Dark Souls macht? Ähm, was schön ist und was anders ist, äh, ist, dass man, äh, von gewissen NPCs, ähm, Brandings bekommt, also halt Brandmale, ähm, die einem bestimmte Fähigkeiten geben. Zum Beispiel, äh, äh, b-b-b-b-b-b, von Wänden, äh, also Walljumps, ähm, dass man, und das ist die letzte Fähigkeit, die man bekommt, dass man in der Luft daschen kann. Also, du springst und kannst dann halt dashen und das kannst du zweimal machen, was, und das fand ich sehr, sehr schön, aber im Zusammenhang damit, es kam halt einfach viel zu spät, es verändert dein Verhalten, was Bewegung angeht. Weil du gerade was vorher bei Bossen bis halt aus immer schön zurückbleiben und gucken und beobachten und dann immer zeitig durchrollen und jetzt kannst du wirklich sehr, sehr schnell und agil Bloodborne-like, also so nach dem Motto, die, die Dreiviertel des Spiels sind Souls und ein Viertel des Spiels ist Bloodborne, kannst du halt, äh, springen und durch den Gegner durchdashen und von hinten ihn angreifen und dann wieder springen. Es ist viel schneller, es ist viel agiler, auch wie du dich durch das Environment bewegst, da du halt quasi diese Dashjumps kontinuierlich, mehr oder weniger kontinuierlich machen kannst, äh, verändert sich da auch das Verhalten. Und, äh, es gab einen sehr schönen Augenblick, wo ich hab sehr früh angefangen, äh, Wall-Dashjumps zu machen, also du springst an der Wand, springst ab, ähm, dashst, weil du dashst immer in so einem 30-Grad-Winkel nach oben und kannst dadurch quasi eine Wand höher hochklettern als durch einen normalen Wall-Jump. Und das hab ich sehr schnell gemerkt und hab das auch sehr oft benutzt, um halt in gewisse Bereiche zu kommen, wo ich eigentlich hätte irgendwelche, äh, Jump'n'Run-Passagen machen müssen. Das heißt, ich fühlte mich sehr, sehr smart, weil, haha, ich spiele, ich hab dich ausgetrickst. Ähm, und gegen Ende des Spiels erwartet das Spiel von dir, dass du genau das kannst. Und das mochte ich. Das war so ein schönes, so, okay, ihr gebt mir all diese Tools und ich hab jederzeit die Möglichkeit, mit diesen Tools rumzuspielen, wie ich möchte und dadurch neues, ähm, neues Environmental Trespassing für mich quasi rauszufinden. Und am Ende wird's sogar benötigt. Im letzten Bereich. Aber das ist halt erst das letzte Viertel. Ähm, und über... Das heißt, das Spiel erwartet von dir, dass du die Cheats, die du am Anfang selber rausfindest, am Ende nutzt. Ja, also, es ist kein Cheat. Es ist einfach eine, eine etwas komplizierte Art, eine Wand hochzuklettern. Sagen wir's mal so. Es ist, du benutzt zwei Fähigkeiten zusammen. Es gibt nicht irgendwann das Tutorial, äh, das dir sagt, hey, hast du schon mal drüber nachgedacht, diese beiden Sachen zu kombinieren? Und das ist sehr gut. Damit kannst du viel besser die Gerard manövrieren. Ja, das hat sich sehr schön angefühlt. Und es war halt so ein so, oh, cool-Moment. Aber das war halt erst gegen Endo. Das ist halt ein, oh, cool-Moment gewesen. Alles davor war halt so, ja, das Spiel gefällt mir, das Spiel ist cool, aber es ist genau das, was wir jetzt schon hatten. So nach dem, genau nach dem Motto, ihr habt's gemacht, weil Souls es gemacht hat. Ihr habt's nicht gemacht, weil es in euer, weil es Teil eures Konzepts ist. Oder beziehungsweise ihr habt es in euer Konzept reingenommen, weil es Souls ist, nicht, weil ihr es wirklich machen wolltet. Das Gefühl hatte ich zu oft. Ja, sie wollten es halt machen, aber das ist der Beweggrund. Genau, das war der Beweggrund, ja. Was das Spiel auch für mich verändert hat. Leider erst im letzten Viertel, weil man erst sehr spät die letzte Fähigkeit bekommt. Aber das war originell, das war cool. Das war nicht da, weil Souls es gemacht hat. Ähm, und das, das sind halt so die Sachen. Ähm, es, es fehlt mir an, es fehlt mir an Originalität, es fehlt mir an Storytelling. Also wenn, wenn ihr mir eine Lore vorgaukelt, dann setzt da auch ein bisschen was ran, dass da auch wirklich eine Lore ist und nicht nur einfach so ein Schleier, der so tut, als ob er eine Lore wäre. Ähm, das gesagt, ist es empfehlenswert für jemanden, der gerne ein 2D-Souls-Spiel möchte, spielen möchte? Trotz all dem, ja. Nicht für 17,99, weil ich glaube, da würde man sich, ja, man würde sich ärgern. Also ich habe mich nicht geärgert, ich habe mir gedacht, gut, für die, ich habe insgesamt 30, 40 Stunden in das Spiel reingesteckt und für 18 Ocken, beziehungsweise ich habe 17 bezahlt als Vorbesteller, ist das halt geschenkt. Und, klar, und das steckt auch unglaublich viel Arbeit drin, artistically. Aber, ja, wenn man ein Hardcore-Souls-Fan ist und man hat einfach Bock, etwas anderes zu, äh, same but different zu probieren, haut rein. Auf jeden Fall, es steuert sich sehr schön, es fühlt sich sehr smooth an, es gibt ein, zwei Cheap-Sachen, aber in so einem großen Spiel tut das kaum was zur Sache, ähm, etwas, das sie hoffentlich mittlerweile gepatcht haben, man kann den allerletzten Boss, äh, der echt sackschwer ist, den habe ich beim ersten Durchgang ohne diesen Trick besiegt, weil ich gar nicht wusste, dass es diesen Trick gibt, ähm, man kann ihn halt mit einem Trick sehr, sehr einfach besiegen, was dann beim zweiten Durchgang per Zufall passiert ist. Es gibt nämlich, er kann dich packen, er läuft auf dich zu, packt dich, zieht dich hoch und wirft dich nach vorne. Und wenn er das macht, wenn du an der rechten Wand bist, dann wirft er dich in die Wand. Ja. Dann tötest du ihn durch die Wand hindurch. Yay. Und dann benutzt du halt ein Item, um zu deinem letzten Bonfire zurückzukehren und fertig ist. Sind das auch Bonfires? Es sind keine Bonfires, es sind Sanctuaries, also es sind halt, äh, Gebäude. Oh, genau, was ich vergessen habe, was auch anders ist, äh, das ist jetzt irgendwie unter dem ganzen Same but Different, äh, untergegangen. Die Sanctuaries, also deine Bonfire-Gebäude, deine Safe Places, kann man, ähm, customisend in Anführungsstichen. Du findest halt so kleine Figürchen, die einen bestimmten NPC darstellen, das kann ein Händler sein, das kann ein Magier, ein Priester, das kann ein Transmuter sein, also jemand, bei dem man seine Waffen umwandeln kann in neue, das kann ein Blacksmith sein, ein Leader, was auch immer. Ja, und du kannst vier von denen in jedem Sanctuary erscheinen lassen. Die bleiben dort auch, geben dir bestimmte Boni, zum Beispiel der Leader, ähm, bei dem kannst du deine, äh, deine Covenant aufwerten, es gibt natürlich wieder Covenants. Natürlich, weil der Daxel das gemacht hat. Genau, äh, und er gibt dir auf das ganze Gebiet, das von, von diesem Sanctuary umgeben ist und das zu diesem Sanctuary gehört, gibt er dir einen Salt-Drop-Bonus, also mehr Seelen werden von Gegnern gedroppt. Aber das ist halt Salz. Genau, und jeder dieser NPCs, die du spawnen kannst, der gibt dir einen gewissen Bonus für dieses Areal und das fand ich auch cool. Leiderwegs endet es im Endeffekt darin, dass man sich gewisse NPCs aufspart, in jedem, ähm, in jedem größeren, äh, Gebiet, im jeweiligen Sanctuary halt ein Teleport-MPC hinhaut, der einem erlaubt, zwischen anderen Teleport-MPCs hin und her zu switchen. Ja, da muss man ja dann so ein bisschen managen, wo es sinnvoll ist, dann seine Wegpunkte zu passieren. Man muss doch am Anfang, aber auf Dauer hast du genug von den Viechern, dass du fast nie das einsetzen kannst. Deswegen, es ist, es ist so, ich kann es customisen, aber im Endeffekt gibt es einen, gibt es diesen einen Weg, wie ich es customisen sollte. Okay, alles andere wäre Unfug. Genau, manchmal, es gibt gewisse Bosse, wenn man da jetzt merkt, okay, der macht halt magischen Schaden, ich mag jetzt ungern meine Ausrüstung optimal auf magischen Schaden umwechseln, weil dann bin ich zu schwer, gut, dann setze ich hier halt den Magier-MPC hin, der gibt mir auf diese Gebieten magische Resistenz-Bonus. Sowas kann man auch machen, man kann ein bisschen Taktik einfließen lassen oder halt den Blacksmith reinsetzen für mehr Physical Attack Damage. Aber es ist so eine halbe Sache, ne, also es gibt diesen ultimativen Weg, den man sich auf Dauer zusammenlegt, ähm, also es ist so eine, so eine vorgegaukelte Freiheit, in Anführungsstrichen. Das klingt ein bisschen fies, aber es wird topisch. Weißt du, ob es für PC rauskommen soll eigentlich irgendwann mal? Ähm, to be announced. Ich kann mir sehr gut vorstellen, also wenn es sich gut verkauft hat, dazu habe ich keine Infos, äh, kann es sehr gut sein, dass es für PlayStation, äh, für PC rauskommen wird. Ich, ich fände es schön, weil es ist kein schlechtes Spiel. Es hat, es hat ganz klare Kinderkrankheiten, die ein bisschen größer sind, aber es ist kein schlechtes Spiel. Und ich fände es schön, wenn es auf Steam rauskommt, ich fände es schön, wenn halt mehr Leute die Möglichkeit haben, es zu spielen, aber, äh, wenn ich jetzt so bedenke, kam irgendein anderes von deren Spielen jemals fürs Team raus? Dishwasher, Charlie Murder, irgendwie so Sachen. Äh, ich glaube nicht. Ja, das ist nämlich so die Sache. Ähm, also bei denen, äh, ich habe jetzt nicht im Blog geguckt, weil da müsste ich mich jetzt ewig durchlesen, ähm, aber jetzt zum Beispiel bei deren auf der, äh, auf deren Wikipage steht Microsoft Windows, also Steam theoretisch, äh, to be announced. Gott weiß. Mal sehen. Ja, da, keine Ahnung, stelle ich mir irgendwie nicht so kompliziert vor und da, äh, schießen dich doch eigentlich ja selber mit ins Bein, wenn sie das nicht sagen. Ja, also es sollte nicht kompliziert sein, aber, ähm, wir sind keine Videospieleentwickler, insofern will ich sowas jetzt nicht bewerten. Was du nicht gesagt, worüber wir nicht geredet haben, was sehr wichtig ist, äh, wo ich jeden dazu anhalten würde, das bei YouTube zu schauen, die deutsche Lokalisation des Spiels ist furchtbar. Ja, ich habe davon gehört. Ja, äh, schaut da irgendwie einfach mal. Hast du gerade was im Kopf? Ich habe nichts auf dem, ich habe nichts auf dem Schirm, aber schaut einfach mal bei Greggs RPG Heaven, äh, der hat da so eine kleine Compilation von Best-Offs aus der deutschen Lokalisation von Salt and Sanctuary gemacht. Es ist halt wirklich, als hätte man den Originaltext genommen, von Google-Übersetzer nach Chinesisch übersetzen lassen und das dann nach Deutsch übersetzen lassen. Ach, das ist scheiße. Und das dann da in die Textboxen geklatscht, ohne es irgendwie sich anzugucken. Es ist wirklich, es ist herrlich eigentlich. Es ist, äh, ganz toll. Ähm. Gut. Sonst noch irgendwas zu, äh, Salt and Sanctuary? Habt ihr irgendwelche Fragen? Ist das jetzt nur, weil ich hatte gerade irgendwas von deutscher Synchronisation gehört? Ist das jetzt nur Textbox? Nee, Lokalisation. Es gibt keine Syncho, oder? Es gibt keine Syncho, es ist alles Text. Was aber auch nicht schlimm ist. Okay, das war meine Frage. Also, ich fand's schlüssig und rund und so. Ich hätte es sogar ein bisschen komisch gefunden, wenn es Syncho gegeben hätte, weil es irgendwie nicht ins Gesamtkonzept, passt, finde ich. Hm. Nun gut, dann, äh, mach ich heute das Schlusslicht. Und ich spreche über, äh, The Magic Circle. Und, ähm, The Magic Circle ist ein, äh, jetzt, im Nachhinein, jetzt, wo ich es durch, äh, wo ich es durch und dann, äh, gespielt habe und ein bisschen darüber nachgedacht habe. Es ist ein sehr, äh, 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 interessantes Biest, muss man sagen. Ähm, äh, es kam letztes Jahr raus im Juli, 9. Juli, äh, genau. Im 9. Juli kam es letztes Jahr raus von, äh, jetzt habe ich es natürlich gerade nicht auf dem Schirm, äh, von Question. Ähm, keine Ahnung, wer der Developer ist. Und ist ein, ja, es ist ein First-Person-Adventure-RPG-Walking-Simulator-ish-Spiel. Äh, ganz kurz, Question ist Entwickler und Publisher. Ja, nee, hab ich ja gerade gesagt, Question. Nee, weil du meintest, ich weiß nicht, wer die sind. Ich weiß nicht, wer Question ist. Also, ich habe davor Question gesagt. Ähm. Ja, die haben auch nur The Magic Circle gemacht. Ja, und es ist ein wirklich sehr interessantes Biest. Also, es ist, äh, äh, ähm, äh, ja, es ist versucht zu sein und ist vielleicht, es ist, äh, so, das Metaspiel, alle Metaspiele zu enden. Und zwar, ähm, man, äh, das Intro beginnt und, äh, da ist der Skyfather, der, der, die Introsequenz quasi, die Lore dieser Welt erzählt und, äh, da ist irgendwie, ist der Skyfather und dann kommt das Böse und dann muss der Held zum Magic Circle und dann, äh, ist allerdings Cut und das ist tatsächlich halt nur der Entwickler, der gerade den Text für dieses Intro einspricht. Und tatsächlich ist The Magic Circle ein Spiel, das niemals fertig geworden ist. Äh, The Magic Circle ist ein Spiel, das sich im Entwicklerlimbo befindet. Und, äh, am Anfang des Spiels ist man quasi ein Testspieler in The Magic Circle, äh, macht dann so quasi, ist es halt nicht wirklich so ein Tutorial, aber macht so so ein Einstiegs, äh, äh, Level. Ähm, und dann wird man allerdings gelöscht. Ähm, dann wird man gelöscht, äh, wird dann allerdings quasi wieder ins Leben, in Anführungszeichen, zurückgeholt von dem Pro. Und, äh, der Pro ist quasi, ähm, ja, man weiß nicht so ganz, was, äh, der Pro ist. Der Pro ist etwas, was irgendwie im Spiel ist und, äh, möchte, dass du das Spiel von innen heraus quasi übernimmst. Ähm. Ähm, und währenddessen, also man wird dann wieder vom Pro in das Spiel zurückgebracht, in diese unfertige Version von The Magic Circle. Äh, und während man da so rumtigert, äh, trifft man, äh, auf drei Charaktere. Und zwar einmal ist das Ish. Ish ist der, äh, quasi der Lead Developer, der Producer, könnte man so sagen. Äh, jetzt hab ich den Namen natürlich nicht mehr drauf. Ähm, dann ist da noch die, äh, die Level-Designerin. Deren Namen ich ja leider, äh, leider, ich jetzt tatsächlich vergessen habe. Und, ähm, die, äh, und eine dritte Figur, äh, die quasi ein Neue in der Firma ist und, äh, so der prototypische Fan, der seinen Kindheitstraum, äh, man kann sich isch, isch, diesen Lead Developer, kann man sich vorstellen, ist so das Äquivalent, was wir hier als Peter Molyneux haben. Ähm, so, der hat vor 20 Jahren echt mal sehr einflussreiches, geniales Zeug gemacht, aber hat's niemals wieder geschafft, irgendwie auf diese Größe direkt, äh, hochzukommen. Hält sich aber immer noch irgendwie für den Geilsten. Ja, Chasing the Pink Dragon. Ja, sowas. Und, äh, diese dritte Figur, deren Namen ist, das tut mir ja grad, ist ja leider, der den Namen vergessen hat, weil das, äh, es ist nämlich eigentlich wert. Ähm, ja, die, die neu jetzt in der Firma ist und helfen soll, dieses Spiel jetzt fertig zu bekommen für die E4-Pressekonferenz. Ha, 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 wo das Spiel dann vor, ne, wir brauchen bis dahin, brauchen wir einen, einen funktionierenden Prototypen dieses Spiels. Äh, diese dritte Figur, dieser Fan ist übrigens gesprochen von Ashley Birch, äh, was ich sehr, äh, sehr schön fand. Und diese drei, die fliegen halt quasi, äh, als riesige Augen halt durch diese Welt, während du diese manövrierst. So, was macht man jetzt eigentlich in diesem Spiel? Ähm, wie gesagt, dieser Pro möchte, dass du das Spiel von innen heraus, ähm, manipulierst, beziehungsweise so nach deinen Wünschen so ein bisschen, ähm, formst. Und, äh, die, dafür bekommst du diese Macht und zwar quasi, äh, die Macht, äh, des, des Hackens, des dich in den Spielcode reinhackens. Du kannst quasi, äh, ähm, äh, du hast so ein, so ein Bar unten mit, äh, quasi Magie, sag ich jetzt mal, äh, und kannst diese benutzen, um bestimmte Gegenstände und Kreaturen dieser Welt zu beeinflussen. Und kannst quasi alles, was du da findest, umschreiben. Findest deinen ersten Gegner, den kannst du dann trappen und dann kannst du sagen, okay, der ist jetzt mein Verbündeter, äh, heißt jetzt sowieso. Und, ähm, du kannst ihm jetzt deine ganzen Attribute wegnehmen. Also dann gibt man sowas so, wie bewegt er sich? Wie greift er an? Ähm, wie heißt er? Wer sind seine Verbündeten? Wer sind seine Gegner? Äh, kann ich ihn hocheben oder nicht? Und das kannst du... Sind das vorgefertigte Sachen, die du quasi aus so einem Dropdown ausbilden kannst, oder musst du ernsthaft, also musst du quasi kodieren? Nee, äh, das sind, das sind so, das ist quasi so ein Klickmenü. Also das ist nicht wirklich, du, du musst nicht wirklich koden. Das wäre ein anderes Spiel, worüber wir bestimmt auch irgendwann mal reden werden. Ähm, nee, also, und diese Fähigkeiten, diese Attribute, die musst du halt auch von den Monstern sammeln. Also du kannst jetzt nicht, äh, sagen, okay, dieses Monster fliegt jetzt, sondern das kannst du nur machen, wenn du schon quasi die Fähigkeit zu fliegen, von einem anderen Monster, die du quasi gesnatcht hast, äh, gezogen hast. Das heißt, so, das erste Monster, was du tippst, ist so ein Hauler. Der, äh, kann mit seinen, der kann, der hat halt Melee-Angriffe und bewegt sich über den Boden vor. Und das Erste, was du machen kannst, ist halt erstmal irgendwie den beides wegnehmen. Und dann kann er, dann ist das halt so ein bewegungsloses, kleines, trauriges Häufchen, was auf dem Boden liegt und nichts machen kann. Ähm, und ja, mit dieser Fähigkeit ausgerüstet manövrierst, schlicht sich diese Welt, ähm, in, äh, einem, ja, es ist halt so ein First-Person-Adventure-RPG-isch. Äh, allerdings auch viel Walking-Simulator-mäßig. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Ähm, das Ganze ist so gehalten, sehr passend, einem sehr, äh, grau, es ist quasi, äh, die ganze Welt ist grau. Also, man, es fühlt sich wirklich so an, wie, es ist wirklich unfertig. Man hat so diese ganzen Set-Pieces, oder wo man sich denken könnte, ja, das sollte so ein Dungeon gewesen sein, das sollte so ein Dungeon gewesen sein. Was, äh, dann vermischt ist mit Sequenzen, die in einer Raumstation stattfinden, äh, die nämlich Reste sind aus dem Spiel, aus dem Pro ursprünglich gekommen ist. Äh, deswegen hat man zwischendurch auch diese Raumstationen. Also, es ist halt wirklich alles wie so ein Jimble-Jimble aus Kram, der, wo man sich denkt, so, ja, das sind halt Dinge, die würde man in einem Spiel sehen, aber ist jetzt irgendwie zusammengewürfelt und unfertig und kacke. Ähm, das Ziel ist halt in dieser Welt dann, äh, die Kontrolle zu übernehmen. Und das letzte Ziel ist halt, ein dieser, dieser drei, ähm, den Ashley-Birch-Charakter umzubringen. Was schwierig ist, weil, äh, dieser Avatar, den diese Figur in der Welt hat, fliegen kann und sowas. Das heißt, es ist quasi so ein bisschen diese Quest, die Fähigkeiten zu sammeln, dass man selber auch fliegen kann und dahin kann, um diese Figur umzubringen. Und so manövriert man sich für diese gesamte Welt. Das klingt so ein bisschen, das klingt so ein bisschen nach Final Fantasy, die Fähigkeiten des Gottes erlangen und den Gott töten. Ja, nee, aber es ist halt wirklich so, so, ne, du trappst einen Gegner, snatchst seine ganzen Sachen, schaust, ob du die für dich benutzen kannst. Mhm. Äh, weil du kannst halt diese Monster auch für dich kämpfen lassen und gegen andere Monster kämpfen lassen. Ähm, was du tatsächlich auch machen kannst, du kannst auch einfach jedes Monster, äh, zu deinem Verbündeten machen und hast dann irgendwie 300 Monster hinter dir herlaufen. Oder nicht 300, aber... Ja, ja, ich wollte gerade fragen, ob die dann auch wirklich hinter dir her... Kannst du machen, ja, ja. Das ist ganz cool und, äh, wenn die, die folgen dir auch ganz automatisch, das ist jetzt nicht so, dass du die verlieren kannst. Und du kannst auch zu jeder Zeit zu dir, äh, per Karte, äh, zu dir rufen. Mhm. Ähm, es macht eigentlich, es macht schon irgendwie auf der einen Seite Spaß, also von der Idee her ist es echt ganz cool. Äh, das Problem, aber auch das Tolle daran ist jedoch, dass das Spiel auch irgendwie gleichzeitig so ein bisschen so designt ist, dass es eigentlich gar kein, da ist es gar nicht dazu gemacht, Spaß zu machen. Weil es ist halt ein fucking unfertiges Spiel und es ist eigentlich nicht viel Substanz drin. Natürlich gibt es, kann man sich diese ganzen Monster hinter sich herlaufen und für dich kämpfen lassen. De facto gibt es allerdings auch nicht so viel in dieser Welt, gegen das es sich zu kämpfen lohnt. Äh, vornehmlich geht es darum, die Rätsel in dieser Welt zu lösen. Ähm, das ist halt alles recht überschaubar. Und da ist es halt interessant, wirklich so die Frage zu stellen, ist es gewollt, so eher unterwältigend, so ein sehr interessantes Konzept zu haben, das dann allerdings aus verständlichen Gründen nicht komplett ausgeschöpft wird. Ähm, ich war da die ganze Zeit so ein bisschen zwiegespalten und bis zum ganzen Ende, aber unterm Strich fand ich es doch, also wenn es beabsichtigt ist, dann ist es wirklich cool. Ähm, das Spiel hat auch dadurch quasi einen absolut nicht vorhandenen Schwierigkeitsgrad, weil sterben kann man in dem Sinne nicht. Wenn man stirbt, wird man einen Rücksetzpunkt gebracht, die durch die ganze Welt verteilt sind, wo man sich jederzeit rumteleportieren kann. Ähm, es gibt auch nicht wirklich eine Strafe dafür, dass man stirbt. Ähm, nee. Schwierigkeitsgrad ist virtuell nicht vorhanden. Äh, durch diese Welt verstreut findet man halt, hat man dann mehrere Interaktionen mit diesen, mit den Göttern dieser Welt, ne, mit den Developern und sowas, findet Audio-Kommentare und Textlogs, die halt mit der, mit dem Entstehen dieses Spiel zu tun haben. Und das ist auch ganz cool, weil es geht halt auch so ein bisschen darum, dieses Behind-the-Scenes, ne, äh, wo man überlegen könnte, hey, warum, wie kommt so ein Spiel zustande wie so ein Duke Nukem Forever? Das ist ein bisschen, ähm, Beginners Guide nur in eine andere Richtung. Ja, Beginners Guide ist schon arg anders. Das hab ich ja auch kürzlich gespielt. Das ist schon arg anders. Aber, ähm, dafür ist schon zu viel Gameplay da. Ähm, es gibt Collectibles, die du benutzen kannst, um deine Kreaturen dann aufzuleveln, was dann halt auch wiederum auch semi-viel Sinn macht, weil halt tatsächlich nicht so viel zu bekämpfen ist. Also, es gibt Bosse in dem Sinne, aber, äh, es geht doch vornillig darum, diese Rätsel zu lösen, zu denen du hingeschickt wirst. Aber an sich ist es so ein ganz, ähm, es ist eine ganz nette Erfahrung, die sehr interessantes Gameplay sehr unterwältigend einem vorwirft. Und, äh, möchte fast sagen, mit absoluter Absicht. Also, das Puzzlen wird wesentlich interessanter, wenn man alle Collectibles sammeln möchte. Es gibt einiges an Collectibles, an sehr kreativen Orten auch. Also, da wird man dann wirklich auch dazu gereizt, zu schauen, okay, wo sind eigentlich diese Grenzen dieser kaputten Welt, die ich hier habe. Äh, das wäre auch albern, wenn man das nicht dann machen dürfte, äh, da sich auszutoben. Ähm, das ist dann wirklich ganz cool und macht viel Spaß mit diesen ganzen Kombinationen aus Kreaturen und Fähigkeiten und Skills, äh, rumzuexperimentieren. Das macht schon ganz schön viel Spaß. Ein riesiger, riesiger Minuspunkt ist, dass man schweinelangsam ist. Äh, man bewegt sich wirklich sehr, sehr langsam voran. Also, wirklich so in G- bis so halb fast schon Joggen-Geschwindigkeit und es gibt keine Möglichkeit zu rennen. Äh, das ist das Einzige, was mich zwischendurch ein bisschen genervt hat, dass es dann doch echt sehr gemächlich zuging. Und vor allen Dingen, wenn man, äh, die Welt ist, äh, überschaubar groß und, äh, irgendwann hat man auch alles hinreichlich gesehen. Das Gute ist allerdings, dass es wirklich sehr viele Teleportpunkte gibt. Also, von Hotspot zu Hotspot hat man dann nicht so lange Laufwege. Äh, es fällt jedoch schon negativ auf, dass man irgendwie so ein bisschen träge dahin schlurft. Aber na gut, das Spiel ist halt auch, es ist auch sehr gemächlich. Es ist halt wirklich so, ne, ein bisschen Erfahrung. Aber das hätte man schon irgendwie so schleunigen können. Ähm, was sehr, sehr cool ist, ist halt wirklich das Ende des Spiels und das Endgame und was danach noch kommt. Äh, was ich auch absolut nicht spoilern möchte. Ähm, das ganze Ende des Spiels ist es irgendwie schon wert, das Ding einfach mal durchzuspielen. Weil, äh, äh, das Klimax des Spiels ist dann halt tatsächlich, ähm, ja, was ist denn dann, wenn du dieses Spiel von innen übernommen hast und dann geht's zur E4. Äh, mit dem fertigen Prototyp und so. Und, äh, ja, es ist eine ganz coole Sache. Es ist halt ein Spiel über Spiele, es ist ein Spiel über Spiel-Design. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass es diese Designmenge mit voller Absicht hat. Weil es, äh, am Anfang dachte ich mir so ein bisschen, es ist etwas zu sehr on the nose. Äh, dahinter ist allerdings doch... Einiges an Cleverness vorhanden. Wenn man, äh, äh, wenn man weiß, wo man schauen muss. Deswegen, ich fand das sehr charmant. Also, das Spiel wusste, was es wollte und hat das so auch durchgezogen. Mhm. Äh, in dem Ausmachen, den es wollte. Und dieses Endgame ist halt ganz cool und, äh, bietet am Ende noch dann ein sehr kleines, so ein sehr kleines, schönes Minigame, in Anführungszeichen, äh, an dem man sich dann noch... Also, das ist, das Ende habe ich halt so nicht erwartet. Also, ich dachte, das Spiel endet dann, aber dann geht es halt erst irgendwie richtig los. Und das ist ganz toll. Und, ähm, ja, postmodern, self-aware, to the max sowieso natürlich. Ähm, The Magic Circle. Äh, da muss ich jetzt mal einen Akademiker raushängen lassen. Ähm, wie heißt der Typ? Ist, äh, aus der Spieltheorie von dem Typen, wie heißt er? Hui Zinga oder sowas. Der halt meinte, eigentlich sind Spiele nichts anderes als magische Kreise, äh, die nichts mit der wirklichen Welt zu tun haben. Und, äh, in die wir uns flüchten. Und daran ist der Name so ein bisschen angelehnt. Mhm. Äh, deswegen, das, das... Ja, es ist von Leuten gemacht, die, die sich auch im Business auskennen. Und da, glaube ich, einfach so ein bisschen ihre Erfahrungen mal ein bisschen umsetzen wollten. Und das, äh, haben sie wirklich schön gemacht. Also, ähm, ist, ich war am Anfang erstmal, war ich interessiert. Dann war ich sehr ernüchtert. Aber dann hat es mir doch so langsam gedämmert, dass da doch sehr, sehr viel Cleverness ist. Und, äh, am Ende des Tages hatte ich eine, hatte ich sehr viel Freude an dem Spiel. Und, ähm, jedem, der irgendwie was, äh, der irgendwie sich für Gamedesign interessiert. Und auch das Hinter-den-Kulissen und, ähm, dem Verhältnis zwischen Spielern und Spieldesignern und Programmierern. Sollte sich das auf jeden Fall mal geben. Äh, trotz und vielleicht sogar gerade, weil es diese Schwächen hat, die es hat. Ähm, ja, das war, es war kürzlich im, ich glaube, es war im Humble Monthly Bundle letzten oder vorletzten Monat. Ähm, also so kostet es 19,99 Euro. Äh, das kann man durchaus machen, wenn man echt Bock auf dieses Spiel hat. Äh, kann mir allerdings auch vorstellen, also es ist relativ regelmäßig auch in Sales. Wenn man jetzt sagt, 20 Euro, äh, nee. Die habe ich jetzt nicht dafür. Aber, äh, klar, auf jeden Fall. Äh, wie viele Stunden hast du nochmal angestellt? Äh, ich habe neun Stunden, ja, neun Stunden hat es ungefähr gebraucht. Ja, 20 Euro ist mir dann tatsächlich ein bisschen zu viel. Vor allem für ein Spiel, was mich tatsächlich auch irgendwo verwirrt. Ja, es ist, es ist halt wirklich, äh, ne, es ist halt nicht so ein, so ein Spielspiel, ne. Es ist halt was anderes. Äh, aber, ja, ich, 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 wie gesagt, ich kann es jedem mal fehlen, irgendwie Games, Gamedesign. Irgendwie in die Richtung, sich irgendwie interessiert. Äh, und da mal einen netten Twist. Einen sehr charmanten, sehr netten, äh, Twist drauf erleben möchte. Ähm, auch so ein bisschen so in der Tradition sowas, aber auch hatten Pony Island und sowas irgendwie. Ähm. Ein Spiel, das mit dir spielt. Genau. Oder und halt auch ein Spiel über Spiele. Mhm. Und so. Also, äh, es hat mich überrascht. Ich, 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 weil ich hatte es damals auf meine Liste gepackt und dachte, ja, okay, das ist halt so, keine Ahnung, Portal, Puzzle-Plattformer, sieht cool aus. Aber das ist es halt absolut nicht. Das denkst du erst mal, aber es ist halt was ganz anderes. Mhm. Und, äh, sehr charmant, äh, sehr unterhaltsam. Gameplay ist vorhanden, allerdings auch nur Mitte zum Zweck. Aber, ja. Aber es versucht dir jetzt nicht auch irgendwie krampfhaft irgendeine Message reinzudrücken. Nee, nee, also, es ist, es, 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 es zieht sein Programm strenger durch. Am Anfang denkst du dir so ein bisschen so, so, ah, ja, okay, I get it. Aber, ähm, da ist mehr hinter. Mhm. Sag ich jetzt mal so. Klingt gut. Joa, sonst noch irgendwelche Fragen? Nö, nicht von meiner Seite aus. Gut, die gut. Und dann, äh, war das, das Indie-Bonbon Nummer 33 für dieses Mal. Ähm, ich bedanke mich bei meinen Gästen, beim Bartosz. Immer wieder gern. Und beim Alex. Immer wieder gern. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, wir spielen Indie-Spiele und ihr hört euch an, was ihr dazu zu denken habt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschü, tschü. Hey Roadies, danke fürs Zuschauen. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr auch eine unserer anderen Shows besuchen würdet. Da haben wir das glorreiche Sonderbonbon, unseren vielseitigen Videogame-Podcast. Und Plüschgranate, Shadowrun, Pen & Paper, unsere serielle Shadowrun, well, naja, the name says it, Pen & Paper Show. Darüber hinaus freuen wir uns selbstverständlich immer über Abos, Likes und Follows auf YouTube, Facebook und Twitter. Und falls ihr Lust habt, uns zu unterstützen und schon ein Abo dagelassen habt, dann freuen wir uns selbstverständlich immer, wenn ihr uns ein bisschen was über Patreon zukommen lassen könnt oder schlicht und einfach euren Freunden und eurer Familie von uns erzählt. Vielen lieben Dank, wir krübeln uns und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.